So, ich habe auf die Uhr geschaut. Die Aufnahme dauert immer, bis sie aktiv ist. Wir können noch eine Folge machen. Das freut mich sehr. Und das heißt, wir gehen jetzt rüber und spielen... Ja, machen wir den Boss? Nee, wir gehen einfach jetzt rüber. Da war ja noch auf dem Schiff Boss. Und oben drauf, auf diesem komischen Käfig, der da ist. Da seht ihr auch noch mit, die die hoch kann. Äh, das mache ich jetzt nicht erst mal. Aua! Nein, so. Äh, Ula Hu, aber... So, Diddy Kong. Danach kann ich das... Machen, was ich vorhatte. Ah, da unten hat die auch noch was mit dem Fisch. Oh, sei. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Aber wie gehe ich ganz so? Vielleicht, 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 vielleicht. Dann machen wir noch ein bisschen länger. So, jetzt gehe ich erstmal da hinten zum Käfig. Okay, was haben wir jetzt hier unten? Und da unten ist eine Seerobbe. Oder so ein Seerobben-Kapitän. Ich weiß es nicht. Das wird wohl irgendwas mit dem Schiff zu tun haben. Wo wir auch nur mit dem... Reinkommen hier. Nee. Ist gerade auf der anderen Seite gewesen. Naja, gut, kommen wir auch... Machbar da hinten rein. Hap. Ach so, da oben schmeißen wir die einfach. Komm mal hin. Na gut. Haben wir noch irgendwas auf dem Schiff hier? Nee. Zieh noch was? Nee. Gut, holen wir uns die Banane. Okay. Wir haben schon zwei, fünf, fünf, vier. So, jetzt hole ich mir noch mal Lanky. Ich weiß es nicht, wie man irgendwas mit dem... Fisch noch da in diesem großen Loch machen muss. Schwimm, schwimm, schwimm. Na, nee, nee. Fisch, 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 fisch. kann das ihn doch herr machen das wasser steigt aber nicht oder jetzt meines ist nicht gestiegen ein paar bananen mehr immer das kann man doch mit der seerau bestimmt nur machen vermutlich vermutlich ist ja auch gar kaum noch mal nicht aber es ist wenn man das wasser zweimal tiefer macht ich habe ja auch irgendwo gewesen da im 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 und jetzt gerade mal nicht na gut dann gehe ich mir mal eben hier noch die bananen holen mit mit donkey kong und dann machen wir den endgegner schnell hoffe ich mal was ist wenn ich mit donkey kong reingehe ist die frage könnte ich mal wieder auswählen ob er gleich direkt lanky dann wieder auswählt oder ich lanky dann bekomme sollte man ausprobieren dann machen wir den endgegner oh ja ach so machst du mir einfach die tue zu hat sich meine frage geklärt er wohl klatsch klatsch ja 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 was kommt denn nein nimm kokosnussbrot ja man oh mein gott was ist da fall nicht raus kleiner man mach mal das licht lieber an das Versteh ich nicht ganz, hab egal. Oh, ist das Ding schnell eingestellt. Aua. Oh mein Gott, wie krieg ich dein Leben hier wieder? Ich hab glaub ich ein halbes Leben jetzt gerade noch, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Gegner ist ja gar nicht mal einfach, weil der macht nicht das auf einmal, also so im Kreis sag ich mal, wo man gegenfahren könnte. Er macht das wirklich so Wendermäßig. Und ich hab zweimal am Anfang schon verkackt. Ja. Muss ich jetzt eigentlich im Kreis fahren, oder was? Oh wow. Okay. Drei mal müssen wir treffen, glaub ich. Oh wow. Hey. Lieber sterben. Okay, fünf Dinger müssen wir haben anscheinend. Eins. Zwei. 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 weiter hier 5 haben wir es haben wir es haben wir es Oh nein. Keine vierte Welle. Okay, eins. Zwei. Ah. Drei. Was ist das Ding? Oh. Mein Gott, das Leben, das wird nicht reichen. Oh Mann, ist das beklemmend mit diesem Level. Okay, ich mache einen kurzen Karten und wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich.